Hallihallo! Oh Gott, da hast du zwischengeredet, ich hasse dich, fließt raus. Nein. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fannyland LOL. Ähm, heute haben wir ganz viele Leute dabei, also eigentlich das ganze Team. Sag mal hallo. 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 Cool. Haben wir dich gesagt, wir wollen auf die Fresse hauen? Eigentlich ja. Putz! Nein! Ah, lalalalalalalalalalal. Sau Fanny! Juhuhuuu. Ich- ich komm' und hau ihn aufs Maul. Fanny, Fanny, Fanny. Aua! Die hacken doch alle. Die hacken alle. Alle, alle! Die sind das alles Verbrecher. Habt ihr eigentlich schonmal bei neuen Hackern gesehen, ich hab das nie gesehen? Ja, mehrmals. Ja. Ich hab so'n, ich hab schonmal so'n... Da hat war ne Bombe. Ich habe einen Blade-Tag gesehen, da hat er für jedes Mal sein Blade-Map und dann konnte er das Blade auf den Gegner einsetzen und er ist sofort gestorben. LOL Meine Freunde macht sich was zu essen, Leute. Hilfe! Du scheiße Ali! Guten Hunger! Aua! Ich verstehe kein Wort, ich habe ein Herz auf dem Kopf, das ist laut, ich verstehe dich nicht. Oh, 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 der Damage! Ja, klar gestorben. Da war ein Ulti drauf. Hier ist Schwad, los du! Ich glaube wir sollten einfach mal zusammen reingehen und nicht alle hintereinander. Ich kriege fast immer Amumu, wenn ich Aram spiele, dann verkange ich immer, weil ich Amumu nicht kann. Ich finde, das hört sich mal an wie so ein japanischer Soft-Porn oder so. Amumu. Schonggondde, Dottakashi, Am, Aram, Mumu. Attacke! Akali macht Aua, ganz groß Aua. Ach was. Ach was. So, jetzt zurück gehen zu ihrem Disney Channel oder wo sie auch immer herkommt. Ah! Richtig! Oh Gott, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde gnadenlos verrecken, ich werde sterben. Okay, ich habe es geschafft. Was? Ich habe ihn gefüttert. Aua! Alter hat er mich weggehauen. Attacke! Oh Gott, oh Gott! die lebt noch die lebt noch na klar wenn schon denn schon ist doch egal ich habe mache ja alles fertig und siehst du das guck mal guck mal das ist das jetzt was spot 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 was vorliegen der gebrätsger nicht und deshalb wenn wenn ich habe einen bengen und ich sage wenn wenn es hat ein bengen und ich habe ein bengen und ich habe ein bengen 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 und da ist noch einer dass sie noch weiter sie kommt nicht raus sie kommt nicht mehr und der druck meine freundin tut alles dafür dass es nicht so ist attacke jetzt müssen wir push me like hey penis of doom yo nice das war richtig gut gemacht oh ja oh ja ausgerastet like hey wo haben wir macht die place los peter easy würde ich gerne ich gehe trauen diese damage lol 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 kann man sowieso uns wir sind das so viele können wir nicht kriegen allein schon tf mit seinen karten der macht uns alle kalt jetzt können wir kriegen die die go go power rangers meine güte nein 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 haben wir verloren wir können nicht mehr gewinnen wir haben noch nicht mal jetzt auf dem tower jetzt auf dem tower und gleich auf den nächsten ja der baby war auch sehr wichtig wir gewinnen wir können das und wir haben die schaden was du denn was hat er ein bisschen blöd das ist nicht nur da kommt gleich eine alkali Ja, wo willst du hin? Wir haben sowieso keine Türme mehr. Doch, doch, haben wir. Wir haben noch Türme. Okay, los. Ach, die da. Den Dämmerschutz vermeiden. Ich würde ihn nicht öffnen. Akali down. Hütte sich! Nice. Huck! Nein, ich schenk dir ein... Einfach abwarten, einfach abwarten. Geht auf sich hin so lange. Ja, äh... Ich bin ganz klar aufs Laden. FUTT! Aber er ist tot. Noll. Jetzt nur noch Tf holt und dann haben wir ihn gewonnen. Soll ich jetzt einfach auf den Tor? Einer hat Tf drückt, er ist tot. Okay, erst dann nicht. Muss ich zwar nicht verstehen, aber... Ey, wir schaffen das noch. 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 Ich stopp sie! Los! Ah, los! Lexus! Finish! Jetzt drei Minuten! In drei Sekunden meine ich! Komm! Set! Set! Einfach abwarten! Oh Gott! Ich bin hier! Ich bin hier! Ja! Alter! Ich habe das noch gewonnen! Alter, war das gut! Leute! Dankeschön fürs Zuschauen! Ich hoffe, euch hat es gefallen! Lasst ein Like da! Abonnieren! Aus dem Fenster springen! Wieder hochrennen! Und dann nochmal abonnieren! Dankeschön fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüssi! Tschüssi! Giorgienia! khoart sour deleted jot? Dramatisch! Dann,pmlas, schnarch? Untertitelung des ZDF, 2020